wunderschönen guten abend zusammen hier wieder bei let's play together mit unserem adcrafter ja genau da versteckt sich und natürlich mit mir mit neuem micro neun skin ja neun skin neun micro wenn noch nicht alles so gut läuft ach ja dann läufts besser die einstellung die einstellung ihr wisst ja ich bin der hesse mit der großen fresse zeig mal deine fresse ich schlack dir deine zähne aus da ey du wollt ihr auch mal sehen? wollt ihr sehen? ich hab mich ein bisschen verhübscht verhübscht ich schau dir mal ey du holbirge aber du wir haben minecraft tag 1200 gute aufnahme 200 ist gut wir haben ja letztes mal oh hier gehts alles? popcorn? copoporn nein nein nicht copoporn copoporn ja ja wieder der pornofreund da ne oh god ja ja jetzt wissen die user alles jetzt wissen sie alles copoporn ja 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 gut wir haben ja das letzte mal aufgehört ähm ja 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 zweifel neun ich glaub neun rubin oder so richtig übel find ich das jup ne hab ich soa mal gmakt also rubin sind die roten Dinger von dem grünen und sota hatten wir genug aber die roten hatten wir zu wenig heh 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 Ja, ich bin auch verreckt auf der Suche einer Rubine. Deswegen mein schöner Diamond will weg, mit Schluck. Ach stimmt, du bist ja drauf gegangen bei der Geschichte. Ja, ich hatte wieviel, ich glaube 52 von dieser Rubine hatte ich. Oh Gott, oh Gott. Wenn wir hier mal im Mininger sind, dann sieht man eh noch meine Death Points. Warten kann ich sehr, sehr oft sehen. Bobby, meine Blöde eben nix. Mach jetzt mal hier diese... Wir haben uns jetzt auch dafür entschieden, dass wir nur ein Teil erstmal von diesen Hasings machen. Genau. Weil man einfach so viel Zeug dafür braucht, dass es echt dann... Genau, und nebenbei, während Klopapier hier am Kacken ist, werde ich ein bisschen unser kleines Lager vorbereiten. Dafür haben wir Multi-Page-Test. Auch ein neuer Mod. Wie viel 3 haben wir gesagt? Ja, 3. Das sind einfach... Ich mach diese Casings währenddessen. Ja, mach das. Das sind einfach große, dicke, fette Dinger. Kisten. Klopapier Chests mit Seiten. Genau. Äh, wir hauen die einfach mal hier 3 Stück hin. Wir werden nie im Leben 3 brauchen, aber Klopapier braucht halt immer mehr, ne? Ja, ich brauch immer... Ich hab's immer gerne sicher. Genau. Safety first, Leute. Safety first. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Plätze nach rechts und 2, 4, 6, 8, 9 nach unten also. Und das Ganze mal 5, wenn wir hier schauen, da kann man einfach weiter blättern. Wie bist du? Unten schon in unseren neuen Raum. Ja, auch gucken. So. Und jetzt mal sieht, dass es auch 5 Seiten sind. Ich hab jetzt auf jeder Seite das Kartoffel hier reingetoren. Getan. Getun. 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 Kiste. Kostet halt aber überhaupt nicht viel, gell? Nee, eigentlich nicht wirklich, ne. Jeser zu Iron Chest. Multi. Gucken wir mal. 4 Diamanten für Kisten. Also relativ kurz. Echt überhaupt nicht. Hier. Es ist gar nichts eigentlich. Du willst mich schon wieder von der Arbeit ab. Ja, du mich auch. Weil wir wollen einfach mal ein profesorisches Lager bauen und das später immer und immer wieder erweitern. Genau. Warum sehe ich jetzt meine dämlichen Waypoints, weil ich nicht der Overworld bin. Ja, und wir brauchen noch hier diese Elite-Circuit, das war auch ein Akt. Ah ja, genau, die grüne Dinger, ne? Ne, blau. Bei 190 Kupferkabel, weil... Also die grüne war eine Basic. Wenn wir mich dann immer hier dafür brauchen, wir die Advanced doppelt. Da brauchst du ja. Ja, du sagst es. Horror, horror. Purahor war das ja. So, jetzt haben wir hier mal... Ich bin nicht froh, wenn das Lager da ist. Ja, ich bin schon mal dran, da mal ein bisschen... ...weibes zu machen, weil wir müssen ja irgendwie auch einlagern können, die ganze Scheiße da. Einlagern? Ja. Muss... Muss kacken, äh, muss einlagern. Hose, Hose einlagern. So richtig, meine Hose mal wärmen, ne? So nach dem Motto. Warum hat der blöde Phil, aka Klopapier, jetzt zwei Eimer gemacht? Weiß ich nicht, ob er hätte besser, sagt man so schön, ne? Zeigt er euch jetzt. Da ist nämlich Laber drin, damit das geißer wird. Du bist heiß. Du hast keine Lust, dass ihm gleich die wegbrennen. Ey, wie muss ich das denn jetzt machen? Ja, ich kann nicht die einfach irgendwie da draufbauen? Ja, ich glaub schon. Das, wie ich gehört hab von... ...Gaylord. Von Gaylordi? Ja, der hat gesagt, das ist egal. Da kann man einfach kombinieren und einfach schauen, dass die Hitze reicht. Was haben wir denn jetzt? 20 haben wir. Wo ist noch hier die... Ob das heute eigentlich klappt, was auch. 34 brauchen wir. Und unten sind... 1, 2, 3, 4, 9. 10, 11, 12, 13, 14. So können wir... Weghauen hier, oder? So und jetzt... Oh, schön. Wir sind schön pink. Ah, du kuck, wie die auch sehen. Pink, pinky, baby. Pink, ja, das ist pink. Jetzt haben wir natürlich ein kleines probably. Warum denn? Ja, wo ich die dämliche Leitung jetzt verlegen werde. Ja. Ja. Muss das schön sein oder schön? Das muss wunderschön sein. Versteckt oder kann es offen sein? Nein, das muss versteckt sein. Ja, dann... Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Blöd. Das heißt, wir müssen hier mal irgendwo... Wir machen einfach Umwege. Wenn der Herr da so versteckt haben wir, da müssen wir Umwege bauen. So, nur so können wir gewährleisten, dass es versteckt ist. Mal kurz gucken, wohin wir da müssen. Wir müssen auf Ebene... Okay. Ah, jetzt bin ich wieder da. Ich bin wieder da. Ja, ich habe kurz die Aufnahme unterbrochen. Warum das? Warum machst du das? Ach, jetzt hört ihr mich? Ja. Da bin ich auch wieder. Ja, da waren kleine Internetprobleme, Problemchen. Ja, deine Probleme möchte ich nicht haben, ey. Wenn es nur Internet wäre, ne? So, habe ich jetzt hier so komische Maschinenblöcke? Wenn ich da jetzt draufklicke... Nee, das darf ich nicht. Dann muss kurz mal das Connecten und neu Connecten. Ah, sehr. So ist es. So ist es. Hallo, 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 falsch, falsch. Hallo, hallo, hallo. Ich war gerade... Ah. So, jetzt kann ich es euch zeigen. 3200 Grad. Ja, wir brauchen wir 2600, oder? Jungs, denn wir kommen. Naja, wir kommen. Wenn wir in der andere Sache, aber... Also, hier, äh, jetzt sind wir doch schon wieder bei Koproporen. Oh, Mann. Ah, wieder. Haben wir denn jetzt das Tumsten hingetan? Ich werde wahnsinnig. Ja, mit dir wird man wahnsinnig hier. So. Wieso hier, Enno? Dann machen wir in der Mitte, so, zack. Zack, zack. Prost. So. Wo ist denn das Tumsten jetzt? Meister Edgrafter, wo ist das Tumsten? Keine Ahnung, ich hab's nicht. Hm, warte, schau mal. Frick an Maschinenraum, wir haben ein Problem. Frick an Maschinenraum, wir haben ein Problem. Wir sinken. Zack, tsch... Äh. Äh, da sind wir eis-tief, egal. Ich weiß genau, dass wir das hatten. Ich weiß ganz genau, dass wir das hatten. Lügen nicht immer. Doch. Nein, nein, ich lügen nicht, aber ich weiß, dass wir das hatten. Ich lüge auch nicht, aber ich weiß, dass du keine Ahnung hast. Ah. Da könnt ihr recht haben, ne? Nein, 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 nein. Mein Bock halt Craftingdip ist auch weg. Ey, wo ist denn das? Genau, hier haben wir das Nothing Knife. Aha. Eisen, Quarz, Quarz. Das bauen wir später auch noch. Das Knutting Knife. Ich knife dir gleich in den Po. Wir warten das ja, jetzt sagt er, wir angucken, gell. Keine Ahnung, oder sie machen. Quarz, knatt den Knife. Knatt den Knife. Yeah. Brennt, das brennt. Du brennst, du brennst. Hoffentlich ordentlich, damit sie es auszahlt. Wie soll mir dann hier noch eine Engine verstecken? Das geht ja gar nicht, ey. Du hast extra Venge, das geht nicht. Ja, so muss das sein. Ich kann dir vieles erfüllen, aber alles kann ich dir auch nicht erfüllen. So, die Engine müsste ja hier rein, das geht nicht. Aushilfe setzen wir sie hier. Dann mache ich jetzt schon mal das restliche Rezept vor, weil das Tungsten brennt. Es brennt, nein, fester. Und zwar wollen wir ja den Mata, Mata Fabricator bauen. Die Mata Fabricator? Kopoporn. Kopoporn, ne? Ach, da brauchen wir wieder Tungsten. Ich werde hier gleich eine Tungsten, du. Habe ich vorbereitet? Tungsten, Tungsten. Habe ich vorbereitet, die? Hören wir da hin. Also, ihr dürft euch nicht wundern, ich baue immer die halbe Welt um, wenn ich etwas baue. Ja, normal. Es ist bei mir normal, dass ich die halbe Welt um baue. Als ich angefangen habe, auf Modding World zu spielen, in meinem ersten Haus, und ich war gar nicht so Mod erfahren, ich hatte gar nicht so die Ahnung, aber Edgrafter hat mir immer gut geholfen, aber das Problem an der ganzen Geschichte war einfach, äh, Schlussendlich muss der ein neues Haus bauen. Der stand neben mir und hat einfach erstmal meinen kompletten Keller abgehilsen, oder so. Ja, ich brauche Blatt. Es ist... War echt immer ganz schön, äh... Aber es hat immer einwandfrei funktioniert. Das musst du auch sagen. Oh, einen Tungsten haben wir schon mal, einen Tungsten haben wir schon mal. Ich habe halt zehn Blöcke abgebaut und du wieder 20 auf, aber es hat immer funktioniert. Ja, ich musste ja alles wieder aufbauen, wenn du es abbaust. So soll es auch sein. Einen Tungsten. Wir brauchen nämlich hier von vier Stück von diesen Dingern. Energy Flow Circuit. Dann kommen wir in die richtige Richtung, Schwäfti. Es geht los. Es geht los. Warum? Was brennst du denn durch? Tungsten, oder was machst du denn? Wo bist du denn? Jo, 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 Tungsten. Ich bin jetzt gerade oben. Tungsten da ist, ja, genau. Mache erstmal noch die anderen Dinger, weil die brauchen wir auch. Weil es Tungsten fertig ist. Weißt du, was ich brauche? Eine Pipe, weil es dir nicht sagt, dass es dann weitergehen darf. Also wenn du die Kiste voll liest, dann zur nächsten, die Insertion Pipe. Einmal Pipe, oder ne? Ne, ich weiß nicht. Ich würde eigentlich theoretisch, da einmal Pipe, würde aufteilen. 1, 1, 1. Ich möchte aber theoretisch auch gehen. Mach mal einfach. Ich mach mal zufällig ein paar Diamanten rumlegen. Ach, nur ein paar. Ja, es sind nicht viele, ein paar Stacks, aber... Wir sind halt arme Leute, ne? Wenn man die ganze Zeit farmen geht, wegen diesen blöden Rubin, dann... Ja, wegen allgemeiner Sachen, wir sind ja wegen allemmöglichen Farmen. Ja, ja, aber jetzt zum Schluss bin ich die ganze Zeit wegen Rubin-Farmen gegangen. Das war echt... Ja, okay, das stimmt. Pist. Doch. So. Die Tungsten ist fertig. Ja, ich brauche noch eine Redstone-Engine. Ah, Wundgeer. Da haben wir schon mal vier davon. Ich bin nicht froh. Was bin nicht froh? Wenn wir das verkackte Dreckslager haben. Ich weiß, ich bin unhöflich, aber mich... Bis das Ganze schon an. Das ist so ähnlich wie Klopapier eben. Ja, ich... Alles scheiße. Mich macht das Lager auch so an, dass es langsam... Langsam wird es echt Zeit. Ja, echt. Jetzt habe ich schon schön langsam die Schnauze voll da. Ah, schon wieder Kabel. Kabel, Kabel, ohne Ende. Ohne Ende. Gummi. Wo war der nochmal? Gummi, ne, Gummi. Äh. Ja, hab schon. Mal gucken, ob das so gestimmt durch das Mach-Ja. Die stimmt alles. Mein Freund. Und Helfer. Mein Freund und Helfer, Edgrest. Redstone-Engine. Engine. Engine. Oh, das ist doch ne Klamgeil, oder? Ah, ne, das ist Angina. Angina ist die Klamgeil. Gibt's das? Engine als Klamgeil? Nee. Engine. Ich habe die Engine. Hilfe! Ich habe ansteckende Engine. So, jetzt brauchen wir hier noch einen Liefer. Kann man eigentlich auf der Kiste den Schalter platzieren? Nee, schade. Da ist auch dumm, da ist auch dumm. Wo sollen wir den Engine hin? Da wäre halt natürlich so ein Gehtgut. Ja, da müssen wir uns dann auch noch drum kümmern. Ah, kack die Wand an, ey. Schau mal erstmal hier. Schau erstmal die. Das heißt, du kommst hier hin und dann kommt auch mal der Anginaschalt einfach hier hin. Anginaschalt. Ist nicht schön, aber selten. Haben wir noch irgendwo, wohert? Eloi, war ja Dingsbums kack. Ja, hier oben in der Kiste. Hier, vorne. Ah, genau, okay. Da ist ein Stück drin. So, mal gucken, ob wir die Kacke hier zum Dampf bekommen. Ach, je, oh je. Warum brauchen wir hier so viel Zeug? Ah, mein, nur Eis zu viel. So. Der Metafabrikator, das ist echt ein Film. Motz drin, da. So, wir können schon einlagern. Ja, ich brauche, ich bin noch nicht hier. Ich bin die ganze Zeit noch den, ö, Metafabrikator, man. Ich hoffe halt, dass es klappt. Wenn ihr jetzt ne Beip vergessen habt, sollte es klappen. Wenn ich hier gleich irgendwas einlagern will. Und das klappt nicht. Dann kleppert es aber. Dann hat dein Arsch aber Hochzeit. 2, 1, 0, oh, Kocke. Okay. Mal nach Zahlen. 3, 4. Ich glaube nicht so, wie ihr hofft. Warum nicht? Weil, der das nicht, ah doch, jetzt macht er es. Okay. Ja, passt schon, passt schon. Egal. Soll er machen, wenn er meint. Ah, schon wieder so voll. So. Hack, iridium plate. So. Hier sieht man, ob der Kopf schon runtergeflitzt. Das passt. Wollen wir doch gleich mal gucken, was der Adcraft da macht. Ob wir dem das überhaupt so durchgehen lassen können. Ich verstecke schnell alles. Hey, nein, nein, ich lasse mich nicht ablenken. Ich mache jetzt weiter hier. Lass mich nur ablenken, du fieser, fieser, fieser Hund. Ja klar, damit du nichts bauen kannst. Damit wir noch 10 Jahre auf das Lager warten müssen, weil du nichts weitermachst. Du könnt gerade mal so ein bisschen heulen. Aber nur so ein bisschen. Das ist ja... So, hier das Ding zu kräften, das mache ich auch nur einmal. Das kann ich nur besprechen. Ich stecke fest. Fest. Ja, da kann ich nicht raus. Kommst du raus oder soll ich dir helfen? Nee, geht schon. Irgendwo will ich schon rauskommen. Hallo, ich bin unter der Stiege. So, da bin ich. Das hat sich eingebaut. Ja, das nennt man Wartungsschacht so. Ja, wenn jemand... Ach, apropos, was ich noch sagen wollte. Wenn sich jemand mit großen Membranen-Mikrofonen auskennt, dann wäre es echt vielleicht cool, wenn sich mal einer bei mir meldet oder so, weil... Er hat keine Ahnung. Ich habe halt... Nee, ich habe mir das gekauft, das T-Bone... Kackt die Hose voll. T-Bone SC450. Und ja, kenne mich damit halt noch nicht so gut aus, mit was man damit jetzt genau alles machen kann. Und wenn sich damit jemand auskennt, dann... Ja, er hat keine Ahnung, dass man mit einem Mikro halt aufnehmen tut, aber... Oh, aufnehmen? Hä, warum sagt das keiner? Wird's mir auch mal früher sagen können. Kann das auch Windows? Kann das auch Internet? So, gleich mal hier ein bisschen einsortieren lassen. Und jetzt kümmern wir uns um die Kacke, dass wir die ganze Scheiße wieder rausholen. Einfach da hinten mal reinzuholen, den Arsch, so... Kacke rausholen. Ja, da hinten dein... Hängt schon was raus bei dir, ist ein Zapfen, ne? So, dazu... Brauchen wir ja... Ach, du Kacke, ich muss ja da nochmal runter. Ja, ich sag, das ist Kripton, das ist auch echt... Ich muss ja eben eh Kacke machen. Ach, das wird wir ins Zürich, na... Na, Prost, Mahlzeit. Ein Hammer, was man nur noch sieht. So, wie geht denn das Schöss? Äh, Glas und Quarztast. Ich fahle die Kacke, ey. Verstehst du, tust du verstehen. Verstehst du mich? Ich hab's dir ja gesagt. Ich hab's dir ja gesagt. Du nix horen, du nix horen, du nix horen auf mich. Ups, da juckst. Sandstein, Sandstein, oh ja, Sandstein. Eckstein. Das muss verstrickt sein. Ey, wie lange nehmen wir schon auf? Weiß es nicht. Ich sag mal genau, 20 Minuten. 20 Minuten? Ah. So, in etwa. Sind wir ja schon, sind wir ja schon wieder am Ende angekommen hier. Du bist schon wieder fertig, ne? Du bist aber immer fertig, du. Das geht mir alles, das geht mir alles einfach zu schnell, warum kannst du nicht einfach mal langsamer sein? Ich bin halt, ich bin aber überhaupt nicht schnell. Ja, ich brauch einfach länger. Ist da irgendwo Glasfaserkabel? Ja. I don't know. Gucken, also. Glasfaserkabel, Advanced Circuit Hammer, Diamanten Hammer. Das Ding haben wir zweimal. Ach, Mendo, Mendo, Mendo. Oh, der macht was mit hier. 60 ME-Kabel. Ja, wo machen wir das kackt, die haben wir denn hin? Hier hin, genau hier hin. Ne, das ist kacke. Kommen wir nie mit einem ME-Kabel da runter. Warum? Können wir nur Kabel legen bis nach? Die wog doch. Ja, wir sind ja hier nur eins dick, ne? Bin ich irgendwo noch Advanced Eloy? I don't know, doch müsste normal sein, Junko. Ich hab doch hier geklaben. Advanced Eloy müssten wir noch haben. Oh. Oh, du hast schon wieder alle verbraten, ey. Weil Advanced Eloy. Da ist Advanced Eloy, hier ist drin. Sechste Stück. Mach die Augen auf, Mensch, Meier. Ich hab dafür nichts zu gebrauchen und dafür noch zu viel. Haben wir die Dinger alle eingepackt und jetzt packen wir sie wieder raus, weil wir müssen erst mal die Maschinen klicken. Äh, ja, wie soll ich jetzt das blöde Kabel runterlegen, ey? Ist mir egal, das lege ich einfach querfält ein hier. Ach, nee, das geht aber gar nicht. Können wir Botsch beißen hier, ey. Das geht ja gar nicht hier. So. Ich hab keine Lust mehr. Wo immer man aus dem, der Terminal, ich mach's einfach hier hin. Ist auch scheiße. Ey, das ist ja alles kacke hier. Verstehst du mich, ey? Verstehst du mich? Ja, der baut schon wieder die halbe Bude um. Nee, 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 nee. Hier, guck, guck, zack. Ich geh zum Crafting-Table und falle in deine Löcher. Geh, mach das. Gib mal Glas, hasser Karl, wo ist denn das? Äh, das hab ich drüben. Drüben, wo ist drüben? Da. Okay. Hast du Glück gehabt, ey. Na ja, pass nur auf, du. Ja, du Lutsch-Tablette, du, ey. Okay. So. So. Wobei mit dir. Dann mal rucki zucki, ja so. Ich würd' aber was sagen, wir lassen das mal, ne? Und man. Ja, warte, warte, im Metafell-Begend will ich noch für dich mal. Tack, da ist er. Hab ihn, damit fertig. Aufbauen, aufbauen, juhu, äh. Da ist das Ding. Und wieder, you run into a serious bug. If you have legally acquired this block, please report it immediately. Ja, geh mir mal aufbauen und komm 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 komm. Wohin, wohin, wohin? Ja, aufbauen, diesen Meta-kacke-Ticket-Döse. Wohin, wohin, wohin? Wohin, wohin bauen wir denn? Ja, ich würd's, wir bauen auf alle Fälle müssen wir darauf achten, dass wir nicht auf, ja, auf eine Badbox gehört, der normal. Ja, boah, ihn einfach hier in den Recycler hin. Geht da in der Badbox oder was? Ne, einfach, den stellen wir dann nebenhin. Der Strom machen wir später dann mit der Badbox. Boah. Geht man da rein? Ja, und hier kommt das Kerl rein. Und natürlich Strom, den er nicht hat. Aber ich kann ja mal hier kurz anschließen, zack. Und er macht. Gar nix. Ist das so gewollt, oder? Doch, jetzt, ne. Ich hab ja nichts gemacht. Hm. Ja, oder braucht er fast so lang? Ich würde sagen, dass der will der nächsten Folge. Genau. Weil, let's schmink together. Okay, jetzt. Ja gut, dann, ja, hier haben wir unsere Pink, Ingi, Ingi, was auch immer hässliches Ding. Das waren jetzt echt viel Kräfterei. Ja, ich denke mal, da müssen wir mal gucken, was der da ist. Wir gucken einfach mal und, äh, wie das funktioniert, das sagen wir euch dann einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen. Würde ich sagen. Braucht der Coverstone? Ne. Ja. Doch, jetzt ein Prozent, ein Prozent. Echt, macht er was? Uh, wow. Okay, jetzt kann sich nur um Jahre handeln, also kein Problem, kein Problem, ne. Aber er hat ein Prozent. Die MFE wird, MFSU wird leergesaugt wie, keine Ahnung, aus einem Eimann. Ach du Scheiße. Ja, aber wir müssen ja auch eine Bedbox anschließen, müssen wir noch eine Bedbox craften. Ja, das machen wir dann. Gut, dann würde ich sagen, das war's, ich werde das ME-Kabel nochmal verleicht. Hier unten fühlt's lang. Hat das wahrscheinlich gelegt. Ja, ich hab mal eine Weltreise gemacht. Ja, ich seh's schon, ich seh's schon. Ja, du wolltest versteckt haben. Ja, ja, ich seh das schon. Und jetzt kommt daneben parallel noch das ME-Kabel dran. Ja. Ja, das machen wir dann, äh... Offline, vorerst mal. In der nächsten Folge machen wir das Lager fertig mit dem Terminal und dann haben wir mal unser Lager. Genau. Gut, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten, hoffe ich halt mal. Ja. Wenn die sterben. Ja. Alles klar, ich bin so ein Tauers. Ja, man. Okay, also, ciao. Ciao.